Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Forelli und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man eine Firma in Dubai gründet. Ich persönlich habe ja meine eigene Firma auch schon in Dubai gegründet, weiß also worum es geht und möchte dir hier auch von meinen Erfahrungen berichten und sämtliche Fragen natürlich auch beantworten. Ja, hast du denn überhaupt schon mal selber dir Gedanken gemacht, was man denn so alles braucht für eine Gründung in Dubai? Hast du vielleicht auch schon spezielle Fragen? Dann schreib die gerne in die Kommentare, auch wenn du persönlich vielleicht auch schon Erfahrungen mit Dubai gemacht hast. Ja, die Vorteile einer Firma in Dubai. Grundsätzlich Vorteil Nummer eins ist natürlich, du zahlst keine Steuern, keine Einkommensteuer, keine Gewerbesteuer, absolut keine Steuern. Dazu kommen wir aber auch noch mal im Speziellen, wenn wir dann nachher uns das Steuerthema anschauen. Du hast keinerlei Buchhaltungspflicht oder Bilanzierungspflicht, das heißt die gesamte Bürokratie, wie du sie zum Beispiel aus Deutschland kennst, fällt komplett weg. Und die Firmengründung ist schnell und unkompliziert möglich. Dazu kommen wir aber auch noch mal detailliert im Verlauf des Videos, denn das ist wirklich sehr, sehr schnell und unkompliziert. Und das Schöne ist auch, du brauchst keinen Wohnsitz in Dubai. Klar, du kannst in Dubai wohnen, aber allein für die Firmengründung und das Betreiben der Firma brauchst du keinen Wohnsitz in Dubai. Ja, für wen lohnt sich denn jetzt eine Firma in Dubai speziell? Also grundsätzlich natürlich für Leute, die digital arbeiten, das heißt vor allem eben im Internet arbeiten, eine Online-Firma haben, das lohnt sich besonders. Warum denn? Es gibt ja eine schöne Unterscheidung zwischen zwei unterschiedlichen Company-Arten, also zwei unterschiedliche Unternehmensformen in Dubai, nämlich einmal die Mainland Company und einmal die Freezone Company. Die Mainland kannst du dir einfach wie eine Inlands-Company vorstellen und die Freezone ist eine Company in einer Freihandelszone, also in einer separaten Zone in Dubai. Davon gibt es mehrere und die Mainland Company ist eben dafür da, wenn du Umsätze innerhalb und außerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate ja generieren möchtest. Du zahlst da aber 5% Umsatzsteuer und 9% Körperschaftssteuer ab 2023. Und in der Freezone Company, die, worum es hier eigentlich wirklich geht und die ich persönlich auch gegründet habe, da zahlst du absolut keine Steuer. Also das ist auch immer ganz wichtig für die Unterscheidung, damit du auch mal diese zwei Company-Arten gehört hast. Wie hoch sind denn jetzt eigentlich die Kosten für so eine Firmengründung? Also du zahlst natürlich 0% Steuern, aber du hast Kosten für die Firma und zum Beispiel ein privates Visum. Und wie hoch die Kosten sind, das ist vor allem abhängig von der Tätigkeit deiner Firma und der Anzahl der Personen. Also zum Beispiel auch, ob du alleine auswanderst, ob du überhaupt auswanderst, ob du Mitarbeiter mitnimmst. Und es beginnt circa bei 4.300 Euro an Kosten. Wenn du übrigens auch gerne mal ein unverbindliches Angebot plus Beratung zur Firmengründung in Dubai haben möchtest, dann schau gerne unten in die Videobeschreibung. Da habe ich dir eine Seite verlinkt, wo du einfach simpel die Freezone kontaktieren kannst und dort eben auch eine individuelle Beratung und ein Angebot bekommst. Ja, kommen wir noch zur Frage, wie lange denn das Ganze dauert mit der Firmengründung? Ich hatte es ja anfangs schon gesagt, die Firmengründung geht relativ schnell und unkompliziert. Im Endeffekt musst du mit ungefähr drei Wochen rechnen. Das war es dann aber auch schon. Also das geht wirklich sehr, sehr fix und vor allem auch viel digital. Und die Freezone nimmt dir da auch vieles an Arbeit ab. Und wie läuft denn jetzt eigentlich der Prozess dann genau ab? Erstens, du schreibst die Freezone an. Also das hast du unten, wie gesagt, in der Videobeschreibung habe ich dir ein direktes Kontaktformular verlinkt. Und dort erhältst du ein individuelles, unverbindliches Angebot. Das kannst du annehmen oder nicht. Wenn du es annimmst, dann beginnt eben der gesamte Prozess der Firmengründung. Und die Freezone erledigt die komplette Gründung für dich. Also das ist wirklich ein Rundum-Sorglos-Paket. Und das ist wirklich eine schöne Sache, weil kennt man eigentlich aus Deutschland anders, dass man eben sich um jeden kleinen Mist selber kümmern muss. In dem Fall ist es in Dubai wesentlich einfacher. Dann musst du eine Woche lang in die Vereinigten Arabischen Emirate kommen, dort Behördengänge absolvieren. Das ist einfach eine Standardprozedur. Da hilft dir aber auch die Freezone weiter, wenn du das möchtest. Die Familie oder auch Mitarbeiter können natürlich auch mit nach Dubai genommen werden. Also das macht vor allem auch Sinn, damit man auch keinen steuerlichen Hauptwohnsitz mehr quasi oder Lebensmittelpunkt in Deutschland hat, auch mit dem Unternehmen. Und es gibt ein Familienvisum, aber auch Mitarbeitervisum. Und von daher ist das auch überhaupt kein Problem. Wenn du eine Firma gründest, kannst du, wie gesagt, mit der Familie und auch mit Mitarbeitern auswandern. Musst du in Dubai leben, um diese Firma zu gründen? Ich hatte es anfangs vom Video schon gesagt. Nein, musst du nicht. Aber es macht natürlich Sinn, den Lebensmittelpunkt hier zu haben. Und im Prinzip verlangt Dubai aber nur, dass du einmal alle sechs Monate hier einreist. Also von daher auch wirklich sehr entspannt. Und jede Gründung ist natürlich immer individuell. Also wie gesagt, es gibt da ganz, ganz viele Dinge, die da auch noch wichtig sind bei der Beratung. Und deswegen schau gerne jetzt unten in die Videobeschreibung. Lass dich einfach kostenlos beraten, ganz unverbindlich. Und schreib einfach über das Kontaktformular die Freezone an. Ansonsten freue ich mich über dein Feedback zu diesem Video. Auch gerne, ob es geklappt hat mit der Ausforderung. Ansonsten wünsche ich dir jetzt alles, alles Gute. Viele Grüße. Mach's gut. Dein Flo Farrell. Sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020